Hallo, ich bin jetzt am Flughafen. Es ist kurz vor 9 Uhr und es ist nichts geöffnet. Es ist genau ein Geschäft geöffnet, das ist der Yoshinoya und darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Deshalb war ich jetzt im Lawson, der glücklicherweise geöffnet hatte. Ich habe mir einen Negitoromaki, also einen Thunfischmaki kaufen können und dazu noch ein Lachskaviar Onigiri. Das wird mein Abschiedsessen für Japan sein. Es ist sehr, sehr spannend. Es sind kaum Menschen da, es sind auch kaum Mitarbeiter da. Die meisten Dinge sind geschlossen, sowie die Toiletten sind geschlossen. Es bleibt spannend. Ich weiß noch nicht genau, wie das weitergeht. Hier sieht man, wie alle Flüge gecancelt sind und der Flughafen Haneda komplett menschenleer ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Herr. Vielen Dank. Vielen Dank. Behandling for any flight 203G Frankfurt will start at 12am. We will invite passengers beading special assistants to join with small children and two in the end of the program for pre-boarding. If you wish to pre-boarding, please let us know. Next, we will board passengers by the correct number of planes on your boarding pass. As part of the measure to prevent the separated coronavirus infection, We have stopped the lining up in front of the boarding gate. Here we make an announcement about the boarding time. Fieldkeeper's number comes from the passenger in front of you when boarding. Also, we are asking passenger to wear face covering and stand using your hands before boarding. The hand stand user is located at after passing through the boarding gate. So please use it before boarding. We appreciate the understanding and cooperation. And they are needing to take the passport of all passengers upon boarding at this gate. Please have your passport up with the picture date with your boarding pass ready for inspection. We appreciate the understanding and cooperation. Thank you for flying with A&E and Ever the Star Lions. It is quite late at night. Nothing is open. Everything has to. It is silent. There are no passengers running around. There are no passengers running around. There are no passengers running around and there's no passengers running across the edge. No passengers running around. There is no passengers running around. Alle Läden haben geschlossen. Hier nur rein exemplarisch. Fast überall an den Läden steht dieser Hinweis. Notice of Closure. Thank you for visiting us our store. Please note that we will temporarily close our store to prevent the spread of the infection. Coronavirus disease. We apologize for the inconvenience. Thank you for your understanding. Date the 5th April 2020 until undecided to get duty free. In den Flieger hier gibt es auch keinerlei Zeitschriften mehr. In den Flieger hier gibt es auch keinerlei Zeitschriften mehr. Kein Abendessen und die erste Mahlzeit ist das Frühstück zwei Stunden vor Landung. Salat, noch mehr Salat, ein bisschen ruf. Ich habe mich für die meisten Variante entschieden, dass du jetzt weiß und mit weißem Fisch und ein bisschen grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.